Und zwar, äh, war einfach mal meine Maus kaputt. Ich denk mir nur so, scheiße. Also ich komm einfach so nach Hause, will so, äh, zocken. Und dann, äh, war halt da meine Maus. Ich hab den die ganze Zeit so auf den Teppich gehabt. Und was passiert? Ich bewege meine Maus und mach... Hey! Jo Leute, was geht ab? Ja, du GOM! 209 Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen mal wieder auf GOMMA.DE. Ah, ist klar, ich liebe dich. Hey, du krasser Schlingel. Ah! Warum geht das nicht? Alles klar. Ist okay. Ja, ist okay. Never. Ha! Doch, hä? Bin ich irgendwie dumm oder warum? Gut. Und dann schauen wir mal wieder auf den guten alten Dustin C. Server. Und ja, ich hab mal wieder ein schönes Thema parat. Und zwar, äh, war einfach mal meine Maus kaputt. Ich denk mir nur so, scheiße. Also, ich komm einfach so nach Hause, will so, äh, zocken. Also, kam grad so von einem Kumpel, hab auch bei dem gepennt. Weißt du, der weiß Bescheid so. Und dann, äh, war halt da meine Maus. Ich hab den die ganze Zeit so auf den Teppich gehabt. Und was passiert? Ich bewege meine Maus und mach... Und ich versteh einfach nicht, warum es war. Es war einfach so. Und dann hab ich gesehen, oh Gott, da steht ja irgendwas ab. Hab die ganze Zeit dran rumgefummelt. Jetzt ist es so halbwegs gefixt. Also, ich muss echt, äh, da mal gucken, was ich da mache. Ja, geil, Digga. Alles klar. Egal. Wir wissen ja hier, wo die Kisten sind. So, nice. Okay, Steinschwert ist schon mal recht gut. Wie gesagt, heute mal wieder meine erste Runde. Ich war wieder gerade in der Eishalle. Äh, hab natürlich... Also, morgen ich wahrscheinlich, wenn ihr Glück habt, oder wenn ich Zeit hab, äh, einen Vlog macht. Weil ich hab auch meine neuen Schnittschuhe heute bekommen. Und da war das echt unpassend. Und, äh, da werd ich auch bis 22 Uhr da bleiben. Und, ja, XXDOM mit PvP. Alter, ganze März. Was ist das für ein Name? So, äh, werden wir jetzt erst die Kartoffel eins, zwei... Ja, als ob ich dich nicht sehe, Mann. Klar, komm. Ja, komm, jetzt sind schon... Komm, komm her. Komm, komm. Ja, Kartoffelbrei. Alles klar. Es leckt gar nicht. Nee, nee, es leckt nicht. Nee, nee. Alles klar. Ja, ja, passt, passt, passt. Du teleportierst dich auch nicht von Punkt zu Punkt. Ja, passt. Küsst am Buschkind, Alter. Habt ihr das gesehen? Oh, nein. Mann! Ihr seid kacke. Wirklich. Ohne Witz. Komm, bitte. Nein! Okay. Äh, wer sich fragt, äh, wann fangen die Streams wieder an? Äh, ja, ich muss einfach sagen, im Moment hab ich viel mehr Bock auf YouTube als auf Streaming. Weil, ich hab auch gemerkt, als ich gestreamt hab, hab ich einfach YouTube mega vernachlässigt. Und hab auch die Cuttings jetzt echt nach... Also, sie haben da echt nachgelassen. Fand ich echt schade. Und jetzt starte ich wieder feiner. Äh, starte ich wieder voll durch. Rass den Cuts und nehm... Nimm das ja auch übel an und das feier ich halt einfach. Moin. Gut, äh... Ich hab einfach mal... Hey. So. Ach ja, das war diese Scheiß-Map. Okay, dann muss ich jetzt auf den... Den... Den Haus. Ah. Ist klar, Goldschwert. Nice. Fäde. Ey, nice. Okay, die Kisten sind echt nicht krass versteckt. Das feier ich. Ich hasse nämlich sowas, wenn man die 1000 Jahre nach Kisten suchen muss. Und dann braucht man ne Route und dann braucht man noch das und das und das. Ich werde wahrscheinlich... Hallo. Gut, Landschaft wird heruntergeladen, meine Freunde. So, zack. Trap ist G. Ja gut, machen wir einfach ne Runde Trap ist G. Ah, ist klar. Leute, äh... Wer kennt sich gut mit Eislaufen aus? Würde ich mich auf jeden Fall mal interessieren. Äh, oder... Wer fährt denn einfach so Eis? Würde mich echt freuen, wenn ihr mir da mal sowas in die Kommentare zuschreibt. Ja, komm, Alter. Was soll das? Ah, ist okay. Ich hab auch ne Spitzhacke. Warum kriegt man hier so oft Spitzhacken? Es ist einfach so lächerlich. Also, Gommel funktioniert wieder irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder los ist. Okay, ein Charming-Table. Äh, wer nicht weiß, was Trap ist, ist es einfach SG mit, ähm, Lucky-Blöcken sozusagen. Äh, okay, nice. Ein Eisenaxt, das nehme ich gern. Oh! Ja, sowas kann halt zum Beispiel auch passieren. Jetzt hab ich ein Schwert. Das ist echt geil. Oh. Ey, das feiere ich grad. Muss ich ernsthaft zugeben. Hui! Ich bin auf Drogen. So, jetzt nicht mehr. Du hast keine Chance, Alter. Ohne Witz, du hast doch keine Chance. Di, 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 di. Oh, ich frag mich mein Pferd. Ey! Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ich verstehe einfach nicht, was im Moment mit den Servern los ist. Morgen natürlich wieder eine krasse Runde Community Time. Äh, wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Steh, fokussiere und fokussiere. Achso. Bis zum nächsten Mal.